Was geht, Boys? Willkommen zu Mario RPG, meine Damen und Herren. Weiter geht's, Freunde hier. Wir sind hier immer noch im großen Weg. Warum wolltest du jetzt Mellow schlagen? Ah, hier ist Bowser! LOL! Was geht, Alter? Was macht denn denn hier? Okay, Leute, reinbilden! Achtung, gepanzerte Krieger! Gutragende Zauberer! Oh, seine Truppen gehen wohl zu Bosersburg. Komm schon, wir sind fast im Rosendorf. Cool, wir sind jetzt im Rosendorf. Ach, hier ist die nächste Invasion schon. Seit einer Sternschnuppe in den Waldviel fliegen Pfeile in unsere schöne Stadt. Geil, wir kriegen eine neue Sternteile. Hier ist auch wie vor ein Hotel. M-Mal, die Hilfe! 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 Boing, boing! Super Sprungangriff! Dachtest du, dass mich deine kindischen Streicher verletzen könnten? Achten, Toastu, du kommst mit mir, sei ruhig. Hilfe, Hilfe, bitte hilf mir doch. Hilfe. Oh mein Gott. Es ist... Mama, Mama. Mama, 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 schau ein. Gast. Ja, Spatze, ich höre dich. Hallo, sie sind doch Mario. Wirklich? Da zeigt die Wuppe. Was ist denn das? Du hast den Hut und den coolen Bart. Bist du wirklich der Mario? Ja, aber sicher. Kann ich mir sicher sein, dass du mich nicht verarscht? Zeig es mir, beweise es. Alles klar. Hey Mario, spielst du mit mir? Ich spiele Welt retten. Nun, Gast, Mario ist vielleicht etwas müde, Spatz. Komm, Mama, du spielst nie mit mir. Alleine macht das keinen Spaß. Oh, oh, Spatz, Mario, ich frage dich gern. Könntest du nicht ein bisschen mit Gast spielen? Ja, Mario ist jetzt draußen. Also, bist du boser? Okay, ich bin dein Geno. Spiel mir von da an, wo ich aufgehört habe. Bereit? Ja. Oh, schaurig, aber jetzt ich. Pass besser auf, Bowser. Geh, der wird dich wegpusten. Nimm das. Du bist dran, Bowser. Boom. Ah, oh nein, soll wieder mich fertig machen. Nun gut, du wolltest es so. Der super duper patentierte, alleinige und einzige Sternschnuppen schoss. Ups, ich, ey, das war wohl daneben. Oh nein, Spatz, Mario, bist du okay? Ja, ich, ey, das war wohl dla dir. Nee, ich bin der Wunsch, ey, süß. Oh nein, ich bin der Wind. Soll uns das eigentlich hier was sagen? Geno kenne ich. Der ist aus Mario RPG. Den höre ich schon öfters. What? Der wird zum Leben wieder erweckt? LOL! Der wird zum Leben wieder erweckt. Wir haben die ganze Zeit geschlafen. Gut, wir haben euch hier. Komm, wir speichern, Boys. Heißt jetzt nicht, dass das der Part war. Noch lange nicht, Boys. Ich wollte speichern. So, wir können jetzt runter. Vielleicht treffen wir auf Geno. Mama, du wirst gar nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Es war unglaublich. Kinder ist gerade in den Wald gelaufen. Cool, nicht? Ja, Spaß, das ist schön. Es geht doch nicht der, der neulich meine Lampe zerbrochen hat. Äh, Mama, das war nur, äh, weißt du, aber das war echt. Ich schwöre es, Mama. Es ist wahr, ich habe ihn draußen gesehen. Nun reicht es, Gast. Sag schon, was willst du dieses Mal vertuschen? Mama, ich habe nichts getan. Er ist wirklich in den Wald gelaufen. Ich wollte dich nicht verletzen, aber was könnte man im Wald wollen? Oh, er ist unmöglich. Welcher Wald? Hier ist ein Itemshop. Ich kann wahrscheinlich hier nichts machen, oder? Majo, wenn ich so sein Kunde kommt, was brauchst du? Kraftsaft. Heilstartes Problem im Kampf. Wie viel habe ich? Anzahl Besitz. Sechs, sieben. Ach, ich kann nicht mehr tragen. Guck mal, ich brauche die Items noch nicht mal. Was ist Kraftset? Warte mal, was ist Kraftset? Achso, das ist alles, hat nichts mit Waffen zu tun. Ist das eine Waffe? Hallo Mario, schön, dass du mal wieder bei mir vorbeischaust. Wie kann ich dir helfen? Ohohoho. Hier gibt es echt alles. Dicke Hemd. Dicke Hose. True Form Pin. Fearless Pin. Schützt vor Angstangriffen. Ich denke, wir brauchen beide einen Fearless Pin. Ah, dicke Hose ist für Mellow, okay. Gut, dann rüsten wir das mal aus. True Form Pin gegenüber Fearless Pin. Gegen Gift in... zu True... Fearless Pin. Hose gegen... Hose gegen dicke Hose. Alles klar, ich denke, jetzt sind wir so weit fertig. Wir könnten auch jederzeit was verkaufen, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier kriegen wir doch dann das nächste Sternteil, oder? Oder wie sieht es hier aus? Warte mal, ich kann hier doch rein. Lol, hier gibt es einen Schatz. Füllt alle Blumenpunkte auf. Kann ich dich als Kippe nutzen? Hahaha, geil. Das ist noch mehr Schätze. Aber brauche ich nicht. Was ist hier oben? Hallo? Warum braucht Dad nur so lange? Sucht er doch immer nach dem Schatz? Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? Was habe ich denn hier mit aktiviert? Du hast einfach einen Daumen, Mario. Sack, da geht es meinen Schätzen gut. Klar doch. Aber spitze, das erleichtert mich wirklich. Oh, das ist nicht gut. Jetzt kann ich keinen Holz mit einem Wald hacken. Okay, wo geht es denn jetzt hier in den Wald? Hier zurück sollte ich nicht. Ich, ich kann mich nicht bewegen. Pfeile fliegen neuerdings aus dem Wald. Und wird man getroffen, kann man sich nicht mehr bewegen. Siehst du? So muss ich eine Vogelscheuche fühlen. Ach so, was soll ich jetzt machen? Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Draußen ist es schrecklich, aber jemand muss Wasser holen. Bitte helfen nicht nach draußen, weil wir dürfen nicht draußen spielen, weil es zu gefährlich ist. Opa, holt immer Wasser für uns. Ich wünsche, dass wir Ihnen auch helfen könnten. Ich sorge mich um meinen Enkel. Er geht draußen spielen. Kam aber nicht zurück, als er sollte. Meint ihr, wir können hier in den Wald gehen? Nee, ne? Doch! Okay, das wusste ich nicht. Sorry. Ich dachte nicht, dass wir in den Wald gehen können. Oh mein Gott, geil! Forest Maze Musik. Geil! Mario RPG! Ah, da wird es wieder spaßig. Zu viele Items. Wirf einst was weg. Ja, Pilze wegwerfen. Oh mein Gott, die Musik. Schön! Geil, Mann! Krieg mal schön viele Pilze. Hier ist ein Wickler. Okay, wenn ich auf die hüpfe, dann... Okay, interessant. Knock, knock, Panzer. Zack, in deine Fresse. Oh, ich bin so glücklich. We go up. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Ist mir Latte, Donnerschlag. Oh Mann, in deine Fresse. Yo-Yo, paper. Sandsturm. Knock, knock, Panzer, in deine Fresse. Lucky. We go up. Was ist denn dieses We go up? Was? Warum kann er das und das noch mal hinterher machen? Was für ein Mist. Okay, so langsam brauchen wir auf jeden Fall Pilze, denke ich. Verdoppelte deine Münzen. Ich mache mit. Okay, in der Mitte. Ja, haha, geil. Jawohl. Verdoppelt. Ey, ist ja schön viel Geld bekommen. Äh. Ich muss wahrscheinlich hier rein. Scheiß auf die Wickler. Okay, wir sind jetzt hier. Und es gibt hier Pilzgegner. Alles klar. Wir haben alles gesehen. Warum greift die jetzt erstes an? Also die Biene, die macht absolut nichts. Okay, die Pilze sind auch nicht stark. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Armini da. Bye, bye. Okay. Das ist schöne Musik, ey. Ich feier sie. Sau geil, dass wir jetzt endlich hier in diesem Wald sind. Ich dachte mir schon Wald. Okay, kommt jetzt die geile Musik. Und ja. Habt mal recht. Ist gar nicht mal so spät im Spiel. Ist gar nicht so spät im Spiel. Wirklich nicht. Oh, das Spiel macht so Laune, Mann. Das Spiel ist so cool. Cooles Spiel, mate. Okay. Äh. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich hoch. Und dann kommen wir hier raus. Alles klar. Da ist eine Biene. Da muss man jetzt nicht unbedingt besiegen, denke ich. Okay. Jetzt gibt es echt ziemlich viele Bäume. Interessant. Welche Röhre zuerst? Wir gehen jetzt mal... Was? Okay. Kämpfer gegen dich. Was? Gorilla? Was machst du denn hier, Donkey Kong? Ich mach Donkey Kong hier. What? Ach, da übelst viel Schaden, Alter. Donkey Kong. Verpiss dich. Bam. Ich brauch erstmal HP-Regen. Auf jeden Fall auf Mario. Der braucht Heilung. Also, Mellow ist echt ziemlich nützlich. Ja. Wir sind vollgeheilt. Wir brauchen keine Pilze, Mann. Vigo ab. Der macht jetzt wahrscheinlich wieder Sandsturm oder sowas. Ne, macht er nicht. Okay, gut so. Bye, bye, Wickler. Die geben dir wenigstens XP. Ne, aber die geben Geld. Ich will hier rein. Hier ist eine Sackgasse. Hey, da wird er slowt. Es ist ein richtiger Slowdown hier. Ich will gar nicht gegen viele Gegner kämpfen. Ist das auch eine Sackgasse? Oder muss ich einfach nur alle besiegen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht passiert ja was. Tornet. Nein, er ist vergiftet. Nein, er ist vergiftet. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Gegner ist. Die gehen auf die Gegner, die gehen auf die Gegner, die wir jetzt mal gar keine Ahnung haben. Ja, dieser Oktolot. Ein HP-Schaden, der ist ungefährlich. Was ist das für einer? Da pisst dich. Raus aus Deutschland hier. Aber ich glaub nicht, dass wir hier alle besiegen müssen und dann, äh, hier irgendwas passiert. Oh mein Gott. Zack. Ohohoho. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Was macht Kraftsaft? Ah, es heilt. Okay, interessant. Äh, ich bräuchte einen Pilz. Boah. Das ist okay, soweit. Wir können ja mal gucken, wann die sich leveln. Okay, ist noch genug. Ist noch ziemlich viel. Bevor sie sich leveln wieder. Boah. Boah, schön gewonnen jetzt. Aber ich glaub nicht, dass ich den mit denen wonnete. So, bye bye. Piss dich. Aber ich bekomm echt ziemlich viele Pilze, ja. Boah, wir können eigentlich einen wieder benutzen. Man kann die eh immer wieder kaufen, von dem her. Ich denke, geldtechnisch schwärme auch, äh. Wir sind gut. Wir sind gut im geldtechnischen Bereich. Wir haben genug Geld. Boah. Boah. AP Max. Jawohl. Amanita. Bye 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 bye. Ah, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte Donnerschlag benutzen sollen. Aber es ist auch Wayne. So, Amanita ist schon mal weg. Was? Egal, sind beide weg. Sehr gut. Nee, es passiert nichts. Also, gut, dann weiß man Bescheid. Wir waren jetzt bei beiden hier. Was ist hier? Ist auch eine Sackgasse. Also, wenn du alle besiegt hast, die führen alle zum selben Weg, oder was? Okay. Ich war noch nicht hier drin. Ist genau dasselbe. Wahrscheinlich der letzte Baum ist richtig. Warum sind hier wieder Gegner? Ey, da sind die nervig, die Bienen, Alter. Die verfolgen dich ja bis zum Geld nicht mehr. Nee, ist auch niemals richtig. Also, gut, zurück. Geile Musik. Jawoll. Da war ich drin, oder? Gut, dann ist das wirklich die letzte Eure. What? Ah, der hat den Weg aufgemacht. Cool. Danke, Wickler. Und jetzt müssen wir hier rein. Hallo, Wickler. Ich kann den nicht aufwecken, oder was? Okay. Ja, komm, lass mal kämpfen. Pilz gefunden. Jawohl. Cool. Ja, das brauchen wir nicht. Ne, komm. Lass mal gegen diese feige Ratte da kämpfen. Die sind ja voll nervig, Alter. Ja, wir wollen, wollen die eh alle. Also, hopp. Bam, Alter. Weg mit euch. Hey, das heißt, es gibt viel Geld. Okay, wir sind jetzt hier. Jetzt kommt wieder ein Gegner. Keine Ahnung, von wo. Ein Gorilla. Das ist schon ein heftiger Gegner, dieser Gorilla. Ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht stark. Nur dieser Gorilla. Und du kannst dich verpissen. Und du auch, Amanita. Was willst du hier?